So, wir machen ein kleines Gewinnspiel. Das muss ja auch mal sein, an diesem herrlichen Tag heute. Wir haben heute Samstag, sind jetzt den vierten, dritten Tag in Paraguay. Und wer dieses Wort errät, der kann sich eine CD abholen. Oder kriegt die zugeschickt. Warte, wenn muss die ja auch gut aussehen. Es ist ein Wortspiel, so viel sag ich vorweg. Und jetzt suchen wir folgendes Wort. Welches Wort suchen wir? Vielen Dank.